so und dann guck mal her wer ist hier im spiegel? Akko natürlich das bild auf meinem youtube kanal ist nicht bearbeitet so diese zwei kanäle könnt ihr abonnieren einmal akko, the persian killer für kraft sport videos muskelaufbau und alles was in diese richtung geht und darunter akko power let's play wisst ihr ja für panzer let's plays und so weiter und unten seht ihr mein facebook akko akko amani alles klar viel spaß beim video so Untertitelung des ZDF, 2020 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 Unser Munitionslager wurde getroffen. Gegnerfahrzeug ausgeschaltet. Das muss wehtun. Kette verloren. Wir sind bewegungsunfähig. Kette wieder funktionssüchtig. Los geht's. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ketischer Treffer! Erwischt! Ihre Unterstützung wurde angefordert. Auftrag ausgezeichnet abgeschlossen. Operation T55A. Glückwunsch zum Abschluss. Gehärteter Stahl. Der insgesamt verursachte, erhaltene und durch Panzerung abgewährte Schaden muss insgesamt 12.000 Schadenspunkte betragen. Nebenbedingungen auch erfüllt. Belohnung abholen. Die Belohnung muss ich mir gleich mal abholen. Weibliches Besatzungsmitglied. Ich muss mal gucken, wo ich das weibliche Besatzungsmitglied reinmache. Aber das mache ich später in Ruhe. So. Wir haben Stahlwand natürlich. Wir haben abgewehrt 7.870 Schaden und ausgeteilt haben wir 3.240. Noch mal 2.800 Assisted. Ja. 1.108. Einzelerfahrung. 1.427 hat der. Also der und ich. Und ein, zwei andere haben was gerissen. Und naja. Ja, war auf jeden Fall eine lustige Runde. Gucken wir doch mal. Okay. T621A. Ja, lustige Runde. Vielen Dank fürs Zugucken. Und abonniert den Channel. Bis dann.